Herakles im Dienste der Omphaler Der Mord des Ifitos, obgleich im Wahnsinne verübt, lag schwer auf Herakles. Er wanderte von einem Priesterkönige zum anderen, um sich reinigen zu lassen. Erst zum Könige Nelois von Pylos, dann zu Hippokon, König von Sparta, aber beide weigerten sich dessen. Der Dritte endlich, Daiphobos, ein König, zu Amiklai, übernahm es, ihn zu entsühnen. Nichtsdestoweniger schlugen ihn die Götter zur Strafe der Untat mit einer schweren Krankheit. Der Held, sonst von Kraft und Gesundheit strotzend, konnte das plötzliche Sichtum nicht ertragen. Er wandte sich nach Delphi und hoffte, bei dem phytischen Orakel Genesung zu finden. Aber die Priesterin verweigerte ihm als eine Mörder ihren Spruch. Da raubte er am hellten Zorn den Dreifuß, trug ihn hinaus aufs Feld und errichtete ein eigenes Orakel. Erbost über diesen kühnen Eingriffen seiner Rechte erschien Apoll und forderte den Halbgott zum Kampfe heraus. Aber Zeus wollte auch diesmal kein Bruder Blutfließen sehen. Er schlichtete den Kampf, indem er einen Donnerkeil zwischen den Streiten entwarf. Jetzt erhielt endlich Herakles einen Orakelspruch, welchem zufolge er von seinem Übel befreit werden sollte, wenn er zu dreijährigem Knichts Dienste verkauft würde, das Handgeld aber als Sühne dem Vater gäbe, dem er den Sohn erschlagen. Herakles, von Krankheit überwältigt, fügte sich in diesen harten Spruch. Er schiffte sich mit einigen Freunden nach Asien ein und wurde dort von einem derselben mit seiner Einwilligung als Sklave verkauft, An-Omphale, die Tochter des Iadanos, die Königin des damaligen Mejoniens, was später Lydien hieß. Der Kaufpreis brachte den Verkäufer dem Orakel gemäß dem Eurytos. Und als dieser das Geld zurückwies, übergab er es den Kindern des erschlagenen Iphytos. Jetzt wurde Herakles wieder gesund. Im Vollgefühle der wiedergewonnenen Körperkraft zeigte er sich anfangs auch als Sklave der Umphale noch als Held und fuhr fort, in seinem Berufe als sein Wohltäter der Menschheit zu wirken. Er züchtigte alle Räuber, welche das Gebiet seiner Herren und der Nachbarn beunruhigten. Die Kerkopen, die in der Gegend von Ephesus hausten und durch Plünderung viel Schaden anrichteten, wurden von ihm teils erschlagen, teils gebunden, der um Pfahle überliefert. Den König Siloes in Aulis, einen Sohn des Poseidon, der die Reisenden auffing und sie zwang, ihm die Weinberge zu hacken, erschlug er mit dem Spaten und grub seine Weinstöcke mit den Wurzeln aus. Den Itonen, die wiederholt ins Land der Umphale einfielen, zerstörte er ihre Stadt von Grund aus und machte sämtliche Einwohner zu Sklaven. In Lydien trieb damals Litherses, ein unechter Sohn des Midas, sein Wesen. Er war ein reichbegülteter Mann und lud alle Fremde, die bei seinem Sitze vorüberreisten, höflich zu Gaste. Nach dem Male zwang er sie, mit ihm in seine Ernte zu gehen, und des Abends schlug er ihnen die Köpfe ab. Auch diesen Tyrannen brachte Herakles um und warf ihn in den Fluss Meander. Einmal fuhr er auf einem dieser Züge die Insel Dorliche an und sah hier einen Leichnam von den Wellen herangespült, am Gestade liegen. Es war die Leiche des unglücklichen Icarus, der mit den wachsgefügten Flügeln seines Vaters auf der Flucht aus dem Labyrinthe zu Kreta der Sonne zu nahe gekommen und in das Meer gefallen war. Mitleidig begrub Herakles den Verunglückten und gab der Insel ihm zu Ehren den Namen Ikaria. Für diesen Dienst errichtete der Vater des Icarus, der kunstreiche Daedalos, das wohlgetroffene Bildnis des Herakles zu Pisa. Der Held selbst aber, als er einst dorthin kam, hielt das Bild von der Dunkelheit der Nacht getäuscht für belebt. Seine eigene Heldengebärde erschien ihm als Drohne eines Feindes. Er griff zu einem Steine und zerschmetterte so das schöne Denkmal, das seiner Barmherzigkeit vom Freunde gesetzt worden war. In die Zeit seiner Knechtschaft bei Omphale fiel auch die Teilnahme des Helden an der Jagd des kalidonischen Ebers. Omphale bewunderte die Tapferkeit ihres Knechts und mochte wohl ahnen, dass ein herrlicher, weltberühmter Held ihr Sklave sei. Nachdem sie erfahren, dass er Herakles, der große Sohn des Zeugs sei, gab sie ihm nicht nur in Anerkenntnis seiner Verdienste die Freiheit wieder, sondern sie vermählte sich auch mit ihm. Aber Herakles vergaß sie im üppigen Leben des Morgenlandes der Lehren, die ihm die Tugend am Scheideweg seines Jugendlebens gegeben. Er versank in weibische Wolllust. Dadurch geriet er bei seiner Gemahlin Omphale selbst in Verachtung. Sie kleidete sich in die Löwenhaut des Helden, ihm selbst aber ließ sie weicheliche, lydische Weiberkleider anlegen und brachte ihn in seiner blinden Liebe so weit, dass er, zu ihren Füßen sitzend, Wolle spann. Der Nacken, dem einst bei Atlas der Himmel eine leichte Last gewesen war, trug jetzt ein goldenes Weiberhalsband. Die nervigen Heldenarme umspannten Armbänder mit Juwelen besetzt, sein Haar quoll ungeschoren unter einer Mitra hervor. Langes Frauengewand wallte über die Heldenglieder herab. So saß er, den Wocken vor sich, unter den ionischen Mägden, spann mit seinen knochigen Fingern den dicken Faden ab und fürchtete das Schelten seiner Herren, wenn er sein Tagewerk nicht vollständig geliefert. War sie aber guter Laune, so musste der Mann in Weibertracht ihr und ihren Frauen die Taten seiner Heldenjugend erzählen. Wie er die Schlangen mit der Knabenhand erdrückt, wie er den Riesen Geriones als Jüngling erlegt, wie der Hüder den unsterblichen Kopf abgeschlagen, wie den Höllenhund aus dem Rachen des Hades heraufgezogen. An diesen Taten ergötzten sich dann die Weiber, wie man an armen Märchen Freude hat. Endlich, als seine Dienstjahre bei Umpfahle vorüber waren, erwachte Herakles aus seiner Verblendung. Mit Abscheu schüttelte er die Weiberkleider ab und es kostete ihn nur das Wollen eines Augenblicks, so war er wieder der kräfterfüllte Zeugssohn, voll von Heldenentschlüssen. Der Freiheit zurückgegeben, beschloss er zuallererst, an seinen Feinden Rache zu nehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017